Hi! Hallo! Boah, der war mit Haars, der war mit Haars! Hi! Hi! Ciao! Hi! Moin! Du siehst aus, als wir zu Fortnite spielen. Boah! Warte mal! Bist du der Echte? Finno, ne? Ey! Was rockst du heute? Ne! Doch! Papalatte! Hä? Seid ihr die Echten? Warum schwimmt sie jetzt nicht einfach mit dem Boot weg? Digga, sie schwimmt einfach mit dem Boot weg. Ey, yo, Max, danke für die 5 Euro, Bro. Richtig korrekt. Schwimmst du gerade? Wow, die muss das doch raffen, Alter. Die muss das doch checken, Dinger. Digga, das ist doch safe fake. Oha, Digga, was? Niemals. Digga, das ist so cap. Digga, ihr seid doch fake, hey? Leon L.P., Bruder, danke für die 10 Subcats, Bruder. Ihr verarscht mit euch alle hier. Drecksplattformen. Hahaha! Er schiebt's auf die Plattform, Bro. Digga. Freunde, ihr alle kennt das Problem. Ihr seid mal wieder auf OMIT TV gebannt, weil ihr euren Sch*** gezeigt habt. Das macht aber nichts, wenn ihr in eurem Browser ein VPN habt. Und welcher Browser hat das natürlich Bild in? Opera GX. Auch bin ich zusammen mit Rewi nach Polen geflogen für die Opera GX Show Hot Tapiro. Das ist eine Quizshow, in der Team Rewi gegen Team Avive gespielt hat. Es war unglaublich witzig. Ihr könnt euch die ganze Folge jetzt auf dem Kanal von Opera GX angucken. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und hier seht ihr einen kleinen Trailer, wie das Ganze aussieht. Viel Spaß, Freunde. Herzlich Willkommen zu Hot Tapiro Thilo. Willst du kommen? Willst du noch ein Dance Battle machen? Lass es Dance Battle machen. Da war ich jetzt in Ruhe und so. Es geht gleich los mit einer Business-Haltigkeit von hier. Jeder hat Hate of Revit. Ich wäre Winside und ich mach alles für Geld. Ist ja keine Diskussion, das sind ja Faktenlagen. In einem Musikmedio, welcher Band hat Hand of Blood mitgespielt? Wer das nicht weiß, ist Dom und heißt Odoman. Der Unterschied ist, ich glaube man macht monatlich noch mehr Klicks. Aber... Ja, classic. Hallo. Was spielt ihr? Minecraft. Ach, scheiße. Ich hab auch Minecraft, naja, aber FIFA 23. Maschallah. Maschallah habt ihr schon. Wow. Papa Platte. Snapchat? Willst du von ihm Snapchat haben? Hey, ich finde deinen Käppi sehr gut. Danke, danke. Papa Platte. Altsmaul. Altsmaul. Chilliges Bike Dog. Digga, können wir ein Foto machen? Boah, ja. Ja, ja, ja. Wurde Paddy raus, dann machen wir schnell. Boah, geil. Geil, geil, geil. Bro, Alter. Ist doch Bro. Was geht ab? Du siehst aus, als würdest du streamen. Das ist niemals echt. Bro. Philo, Kevin. Niemals. Alter. Der Erste, der mich erkannt hat. Ja. Getting relevant war. Ey, ich hör beide Podcasts. Edeltalk gestört, krank, zwei vermengte aufgestört. Ja, welcher ist besser? Oh, scheiße. Jungs. Also, ich hör Edeltalk länger, muss ich sagen. Oh. Ja, aber das heißt nicht, dass es besser ist. Okay, fair. Den gibt's ja auch schon länger. Den gibt's ja auch schon länger. Stimmt. Also, ich find Edeltalk krass, aber ich find die Folgen, wo nur du und Rhys zusammen sind, find ich geiler. Die Gäste ist cool, ich check. Aber ich feier das Cozy, wenn du nur zu zweit bist. Deswegen würd ich erstmal für zwei vermengte gehen. Okay. Ja. Okay, check. Ist aber fair, ist fair. Nehmen wir. Moin, Chef. Halt's Maul. Halt's Maul. Warum? Warum? Du denn Maul. Hä? Als wenn? Digga, erstmal Sonnenbrille absetzen, Junge. Holy shit. Ich muss ja erstmal gucken, ob das hier überhaupt echt ist, ne? Halt's Maul. Bro. Bro, Alter. Hä? Sieht aus wie so'n Hund. Achso, oh, sorry. Sorry, es war so verfixelt. Es war verfixelt. Oh mein Gott. Bro. Bro. Es war so verfixelt. Du hast dann legit gesagt, du siehst aus wie ein Hund. Oh mein Gott, nein. Das Vorschau-Bild, dog. Du hast ja die Nase gebrochen. Das Vorschau-Bild da aus wie Snoopy oder so. Ja, hab ich auch gesehen. Lass mal Fernsteuern machen. Okay, was heißt das genau? Ich sag jetzt, was du beim nächsten Typ mit dem wir ein Gespräch haben machen musst. Okay. Okay, du willst dir unbedingt den Primes abholen. Wir sehen hier, wenn ein Primes ab reinkommt. Du fragst ihn, hast du ein Primes ab übrig? Boah, das ist so cringe, Felix. Du battelst richtig nach dem Primes ab. Warte, ist das Fake? Kurze Frage. Hast du Twitch Prime? Warte, Jungs, warte, warte. Ich hab Twitch Prime. Hab ich. Boah, es wär überkrasse. Ich versuch grad 5000 Subs zu knacken, wenn du bei mir kurz ein Sub behältst. Bruder, ich weiß doch, wer du bist, Bruder. Gib mir mal drei Finger. Ich fress ein Bild. Bruder, können wir bitte ein Bild machen? Bruder, nur wegen Sub. Ich mach das nur mit Sub, sorry. Ich mach das auch rein. Mit Herz. Ich zapp dir auch rein. Okay, hab so. Mit Herz. Kann ich ein Bild machen? Ist für euch okay? Ja, safe. Alter, frischer Wahl. Abonniert. Auf Stufe 1. Alter. Beste Mann. Beste Mann. Mit Herz. Geil. Das war easy. Boah, das war krass. Okay, gib mir Aufgabe. Bei dem nächsten, mit dem wir reden. Wir fangen einfach ein normales Gespräch an. Aber du bellst ab und zu. So random. Wir tun aber beide so, als wäre es nicht passiert. Was geht ab bei euch? Was geht ab bei euch? Ja, alles gut bei euch. Alles gut. Alles gut. Woah! Was geht bei euch so ab? Was habt ihr heute so gemacht? Kann ich kurz was fragen? Klar. Wie alt seid ihr? 15. Und warum zur Hölle habt ihr dann da so was wie ein Wandtattoo, wo draufsteht all you need is law? Habt ihr gesagt 15 oder 50? Rasse mal. Naja, also wenn das Bild sagt halt 50. Woah! 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 Miau! Oh man! Hat die gerade miauht? Du darfst nur mit in Reimen reden. Pass auf nein, nein, nein. Die machen so, ich sag was und du musst darauf was reimen. Woah! Hamburg, Hamburg! Was? Hi! Hi! Bye! Bye! Doch nicht. Oha, warum habt ihr so gute Qualität? Tropf nicht. Boah, sie fand's gar nicht. Sie hat's gar nicht gehabt, Bro. Was hast du gesagt? Tropf dich? Ich wusste nicht. Was sagst du auf doch nicht? Was sagst du auf doch nicht? Kopffick. Moin Meister. Moin Meister. Digga, wir fällig sein. Hallo die Dame. Hallöchen die Herren. Magst du auf dein Eis Sahne? Was? Hallo, was geht ab? Magst du gern Salat? Nein. Aber warum nicht? Ich mag nen Teller mit Pfann. Stark. Aber kommt auf den Pfannkuchen auch Quark? Nein. Was trinkst du da gerade? Bananensack. Einfach so. Ich scheiß gleich in dein Klo. Bruder, das ist so cringe. Es ist so unangenehm. Das war Endlevel. Du musst wieder rein, Bro. Hallo. Waaat? Ich wusste, dass du hier bist. Ich hab extra Anzug angezogen. Stabiler Anzug. Ey, du siehst ein bisschen aus wie Crispy Rob in Jung. Und im Dom. Das war gemein. Das war gemein. Das sollte nicht sein. Verstehe ich. Entschuldigung angenommen. Du wirst gleich herangenommen. Von wem? Von dem. Ich weiß es nicht. Da lag ne Travel Pussy auf dem Tisch oder nicht? Wirklich? Digga, das ist ne Travel Pussy. Das ist ne Travel Pussy. Bro. Das ist ein Travel Arschloch. Ich hab dieselbe. Was hast du? Die mal gesehen, meine ich. Ach so. Bei dem nächsten. Du darfst dich von Anfang bis Ende von der Konvo nicht bewegen. Und ich tu einfach so, als wärst du nicht im Raum. Okay. 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 Also nein. Moin Chef. Nein. Was? Jo Papa, Platte. Zeig dir zwei. Oh mein Gott. Das ist nicht echt, oder? Der bewegt dich nicht. Der bewegt dich doch, du froh. Oh, oh, oh. Was ist das? Der Law Flush. Warum bewegt ihr euch nicht? Bruder, ich wusste am Ende nicht mehr, was ich machen soll. So hab ich einfach mitgefreeßt, Bro. Du musst der nächsten Person, die wir sehen, was vortanzen. Hi. Oha, Bro. Was für das? Was für ein Tier. Digga. Digga. Nee, als wenn die echt sind. Bro, sind die Waffen im Hintergrund? Nein. Bro, hast du ein Hals? Ich wund... Digga, das ist der merkwürdigste Mensch, den ich hier gesehen habe. Ich will tanzen einfach. Ich erwarte den Twirks. Ach Alter, ihr seid doch die von YouTube, ne? Pillo. Brauchst du gerade Gras? Nein. Okay. Okay. Boah. Das sieht geil aus. Boah, Digga. Auf einmal Architekt. Was bist du? Fong-Beruf? Was bist du? Fong-Beruf? Dein Satz hat mich richtig verwirrt, Digga. Ich bin fucking high. Soll ich euch beschreiben, ganz kurz, wie es in meinem Kopf gerade abgeht? Bitte. Und dazu tanzt so ein fitter Bulgarian in so diesem... Kennst du dieses Sinti-Röcke? Ja. Okay. Hi. W-Beruf? 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 Er ist im Bus. Ihr seid im Bus. Schrei nicht. Bruder. Ey Jungs, seid ihr nicht im Bus, Digga? Junge, wo kommen die ganzen Handys her? W-Beruf? Bro, er schreit die ganzen Bus zusammen. Ich wollte euch kurz bewusst machen, jeder im Bus denkt, dass ihr Psychopathen seid. W-Beruf? W-Beruf? Oh, Gott. Das war einfach Reflex. Sorry. Boah, Junge. Hau weg den O-Sau. Hau weg den O-Sau. Und? Hä? Ich weiß nicht mal, wie der Typ warst. Ja, da raus. Scheiße. Häh? Young Hun? Oh mein Gott. Huge Inspiration. Hey, warte mal. Digga, Papa, Platze. Häh? Oh Gott! Was ist das? A-Mach weg, Digga. Mach das weg? Wenn du jetzt einfach zurückrutschst und du zeigst uns deinen Schwanz, das wäre fucking strange. Bro, ist alles gut? Pass auf, wir fragen demnächst einfach, ob er ein Outro fürs Video machen kann. Okay, ja safe. Hi, kannst du ein Outro machen für unser Video? Wie bitte? Kannst du ein Outro machen für unser Video? Ich habe kein Outro, ich habe kein Geld. Nein, ein Outro. Achso, hast du noch? Also einfach so sagen, hey Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben und sowas. Hallo? Ich rufe gerade beim Psychiater an. Okay, chill ich. Was?